Auch in der Corona-Pandemie verzichten viele Einkaufszentren in den USA, wie hier im Ostküstenstaat Connecticut, nicht darauf, einen Weihnachtsmann einzustellen. Auf seinen Schoß setzen dürfen sich die Kinder jedoch nicht. Santa Claus wird durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Nicht überall funktioniert das. Das berühmte New Yorker Kaufhaus Macy's hat bereits angekündigt, dass ein Weihnachtsmann angesichts des normalerweise großen Ansturms im Dezember ein zu großes Sicherheitsrisiko wäre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017